Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, eigentlich ist der Titel ein ganz ganz anderer. Wir wollen nämlich so ein bisschen einen kleinen Ausflug in die E-Sports und in die Toto-Noob-Szene machen, so will ich das mal sagen. Aber ihr seht, wir haben noch elf Minuten hier im CK. Ich bin mal wieder ultra 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 spät. Macht aber nichts. Ich mache meinen Angriff. Ich werde mir die 10 vornehmen. Das ist der einzige, der noch offen ist. Und ihr seht das an diesem komischen Format. Ich bin heute mal auf meinem Handy unterwegs. Und das hat aber auch den Grund, der eigentlich im Titel steht. Also ein bisschen E-Sports. Wir machen mal einen kleinen Ausflug da rein. Und vorher sehen wir hier aber E-Sports vom Toto. Und jetzt habe ich eigentlich noch alle Zeit der Welt. 10 Minuten. Ich mache heute mal den Chef hier. Denn unser Chef, der Doc, ist eigentlich immer der Letzte, der angreift. Ich bin sowieso immer sehr, sehr spät. Aber ich glaube, ich kann mit meiner Armee was reißen. Ich muss immer dann mit der Armee was reißen, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, tagsüber irgendwie was vorzubauen. Mal gucken, was ist noch da, was ist nicht da. Aber ihr seht es. 31, 27. Gewonnen haben wir in jedem Fall. Und wie es aber nach dem Angriff tabellarisch aussieht, das sehen wir dann. Wir gucken uns die Base nur mal kurz an. Ist es eine grauenhafte Base? Ich weiß, es ist eine grauenhafte Base. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich da so zum Rathaus kommen soll. Ich habe ein Ice-Ghulam-Yeti-Smash dabei oder sowas. Und muss sie irgendwie in diese Base reinkommen. Ich gucke mal. Ich gucke mal, wie wir das machen können. Ich denke, wir können hier an der Clan-Burg die die Mauern öffnen. Mit einem, ja mit dem Erdbeben-Zauber machen wir da eigentlich alles auf. Würde ich mal so sagen. So ein bisschen leicht versetzt auf die auf die Kante hier. Auf die linke untere oder linke obere Kante. Da machen wir uns, glaube ich, alles auf. Und ja, rechts, links so ein bisschen gefundelt. Sollen wir mal reingehen? Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Wir gehen in den Angriff rein. Ich wechsle aber dann meine Maschine auf eine Kaserne, die ich dabei habe. Ich habe Rocks dabei. Ich habe einen Heilsauber dabei. Zweimal Wut. Viermal den Zauberangriff. Ich bin echt mal gespannt. Die werden mich sowieso erschlagen. Die werden mich sowieso erschlagen. Weißt du, so Toto, der YouTuber hier macht hier wieder sein Ding. Da kriegen die Vollmeise. So, Rathos ist noch nicht aktiviert. Das ist super. Und dann würde ich sagen, starten wir hier einfach mal mit zwei Yetis. Auch auf der Seite hier nehmen wir mal zwei Yetis mit rein oder vielleicht sogar drei. Und den Rest können wir eigentlich hier starten lassen. Die können ruhig tanken dort. Die können dort ruhig tanken. Das macht jetzt nichts, denn ich habe noch meine Mais hier dabei und meine Helden. So, dann geht es da weiter. Und ich nehme hier die Kaserne rein, Leute. Also auch relativ früh. Hier muss ich jetzt allerdings so ein bisschen mal giften. Mal sehen, ach, das ist ein Hund da. Okay. Das ist ein Lava-Hund. Das ist nicht ganz so schlimm. Den können wir in jedem Fall kompensieren. Und, ähm, so, Rokese. Jetzt nehme ich genau hier mittig meine neue Helden mit rein und nehme jetzt mal meinen Boden. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt noch alles lebt oder was nicht lebt. Äh, müssen wir mal gucken. Queen ist noch ganz gut dabei. Und, ähm, wir nehmen hier nochmal die Mais und auch die Queen in die Pflicht. Dass die hier, oh nein, die geht nach da. Okay. Aber meine Hocks, wo sind meine Hocks? Ui, 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 ui. Wo sind meine Hockies? Wo sind meine Hockies? Hier sieht es noch ganz gut aus am Rathaus. Ich glaube, ich nehme den Heil mal da. Dann habe ich irgendwie, ich habe den zweiten Stern gerettet. Gerettet. So will ich es mal sagen. Ich nehme mal hier meine restlichen Truppen. Dann freuen sich meine Leute jetzt auch. Und, ähm, naja, ist schon, ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Also wirklich komische Base. Ich hole jetzt noch ein paar Prozente. Das ist auch nicht schlecht. Aber, wie gesagt, wir kommen gleich zum eigentlichen Thema E-Sports. Deswegen bin ich eigentlich auch mal auf diesem Device. Das ist ja sehr, sehr selten, dass ich hier vom Handy mal ein bisschen was aufnehme. Und, ähm, euch, äh, dieses, dieses komische Format vor allen Dingen zeige. Das passt eigentlich nicht. Das ist ein schlechtes YouTube-Format. Denn ich bekomme hier meine Endszene nie so richtig gut rein. Der sagt dann immer, ah, das Format passt nicht. Deswegen seht ihr immer so ein Intro und Outro. Aber gar nicht mal schlecht hier, würde ich sagen. Und, ähm, doch, oh, wir haben sogar noch ein paar Prozente gerissen, Leute. Na, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert von der Armee. Okay, mit der Armee holt sie immer irgendwie so um die 80 Prozent rum. 84 sind es jetzt schon. Und da geht noch was. 85. Die Meizier. Geh nochmal auf den Tesla. 86. Alter Falter. Ich hoffe, da wird der Clan mit mir sein. Ich hoffe, da wird der Clan echt mal wieder mit mir sein. So, ich gucke mal die Reaktion im Chat. Toto, chill. Hast noch elf Minuten. Alles klar. Danke euch, Leute. Danke euch. Danke euch. Vielmals muss ich schreiben. Denn die halten viel mit mir aus hier. Aber deswegen mag ich das auch. Deswegen mag ich Clash of Clans auch. Die Freundschaften, die sich hier geschlossen haben. Und wenn es nur Online-Freundschaften sind. Wir treffen uns. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Und ich will jetzt mal gucken. Sechs Minuten vor Schluss. 33 Sterne. Alex jetzt nicht. Und du auch nicht, Basti. Nein, habe ich noch nicht. Du siehst doch, dass ich was Wichtigeres zu tun habe. Ja, ich suche es gleich. Und dann gucken wir mal, denn die wichtigen Sachen machen hier andere. Also wir haben vier Drei-Sterne, 33 Sterne. Und wir gucken mal in die Saison rein. Wir sind jetzt Erster. Wir sind jetzt Erster vor AK. Blablabla. Kriegen zehn dabei. Aber ich glaube, die haben noch einen Angriff offen, oder? Nein, die haben 30 Sterne. Wir sind oben. Wir sind oben. TZAV kann es aber noch schaffen. Mit 31 und 31. Nein, wir bleiben oben. Wir bleiben, glaube ich, ja. Wir bleiben erstmal oben. Wunderbar hier. Champions League 3. Vielleicht sogar demnächst Champions League 2. Mann, Mann, Mann. Was für ein Akt. Aber jetzt komme ich erstmal. Ne, jetzt suche ich erstmal gerade das Kabel. Mache einen kurzen Cut. Ihr habt es ja gerade mitgekriegt. Ich schneide sowas nie raus hier. Auch in meinen Livestreams. Da kannst du sowieso nicht schneiden. Und dann würde ich sagen, ich nehme die nochmal in die Ausbildung. Eben rein. Damit kann man auch ein bisschen farmen. Und dann gehen wir mal ins Eingemachte, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Okay, Leute. Ich muss euch doch noch ein kleines Update geben. Das war jetzt echt mal ein kleiner Liga-Hype hier. Wir liegen im Moment in Führung 128, 124. Kämpfen jetzt. Gegen wen kämpfen wir dann eigentlich? The Dark Side. Alles sehr, sehr nah bei. Ihr seht das hier. Die sind im Moment Vierter. Und greifen auch schon wieder. Und greifen auch schon fröhlich an. Oder haben gerade fröhlich angegriffen. Ah doch. Da zwei Stellen auf dem Mini. Okay. Also es ist echt mal spannend hier. Und spannend wird sicherlich auch in der E-Sport-Szene. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Im deutschen und im englischen Client ist es auf jeden Fall up-to-date. Ich konnte es heute schon etwas eher auf meinen Discord posten. Denn Clash of Clans hat einen neuen Twitter-Account. Clash of Clans hat einen neuen Twitter-Account. Und ich habe den Client heute mal auf Deutsch gestellt. Ja, weil auch die deutschen News sind diesmal aktuell. Also es gibt einen neuen Clash of Clans E-Sports Twitter-Kanal. Ich weiß nicht. Ihr werdet gleich sehen, was ich für ein Twitteraner bin. Oder heißen die Twitterer? Oder Twitterer? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man Twitter-Leute nennt. Und ihr seht das Beste aus der Clash of Clans-Action aus der ganzen Welt. Denn ich glaube, bisher war E-Sports immer so ein... Oder überhaupt diese Sparte E-Sports Clash of Clans war immer so ein bisschen auf dem Clash of Clans-Channel. Irgendwo so dazwischen, zwischen Clanspiele. Was gibt es? Was sind für Events und so weiter? Da ging das ein bisschen unter. Deswegen finde ich das eigentlich super, dass hier so eine COC-E-Sports-Seite oder Twitter-Seite gegründet wurde oder aufgemacht wurde. Wir hatten die Information, glaube ich, schon etwas eher, als dass das hier getwittert wurde, muss ich mal so sagen. Und ich gehe jetzt mal in dieses Twitter rein. Ihr wisst, ich bin ein Social-Media-Noob. Ich bin Social-Media-Noob. Facebook, Twitter, Instagram, alles nicht meine Dinge. Ich bin froh, wenn ich meine Videos, so wie dieses hier, immer so ein bisschen auf Twitter veröffentlicht bekomme. Mit einem Klick übrigens. Und auch auf Facebook mit einem Klick. Noch nicht mal automatisiert. Da muss ich mal rein. Und manchmal schaffe ich das nicht. Das seht ihr dann da, dass ich dann plötzlich auf Facebook drei Posts auf einmal habe. Dann habe ich die letzten drei Tage das versäumt. Aber wir gehen hier mal rein. Vielleicht sollte da doch ein Button stehen. You must have installed Twitter oder sowas. Aber das ist die neue Seite hier. Clash of Clans eSports, COC eSports. Und das, was mir auf Twitter immer sehr, sehr hart auffällt, ist, dass es hier ganz, ganz viele Hashtags gibt. Ganz, ganz viele Hashtags. Also bei uns alten Leuten heißt das Lattenkreuz. Übrigens Lattenkreuz. Und finde ich sehr, sehr gut. Der Hype ist real. Also es gibt jetzt diese Seite hier. LadyBee und auch Itzo machen hier so ein bisschen Werbung dafür. Der Carbon Finn und auch ganz am Anfang Judo Slot. Und ich weiß sowieso nicht, wie man so kleine Videos da reinkriegt oder sowas. Also finde ich schon sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt mal in die andere Ansicht. Das ist ja eigentlich so die Handyansicht, die man so ein bisschen hat im Hochkantformat. Und ja, da wollte ich dann heute auch. Ihr seht, ich folge schon mal. Folge ich? Ja, natürlich. Ich folge auch Clash of Clans, Clash of Clans.de und auch allen anderen. Aber ich weiß nicht, wie man da was macht. Ich weiß nicht wirklich, wie man da was macht. Und hier wurden jetzt 55, unter diesem Thread hier wurden schon 55 Antworten angeblich gegeben. Also wenn man hier auf dieses Ding hier klickt, dann kann ich auch meine Antwort twittern. Aber ich weiß gar nicht, wie man so richtig twittert. Aber ich weiß, wie man so ein Ding liked hier, indem man auf dieses kleine Herzchen drückt. Also finde ich richtig, richtig gut. Und auch hier unten die Information, jawohl, geht nicht mehr so lange die Liga. Also mal sehen hier. Und also ich muss sagen, Twitter ist für mich echt was ganz, ganz komisches. Und ich würde sagen, wir antworten da mal drauf. Warte mal, was kann ich denn eigentlich mal hinschreiben? So ein Fantastic. Fantastic, fantastic, fantastisch. Ich finde das fantastisch, muss ich sagen, dass es jetzt diese Seite hier gibt. Und muss ich da jetzt noch reinschreiben, dass ich keinen Creator Code habe? Nein, muss ich nicht. Man scherz Leute. Aber I love it. Nein, ich antworte einfach nur. Ich antworte einfach nur. Und damit habe ich jetzt auch hier eine Antwort geschrieben. Ah, nee, nicht noch eine Antwort machen, sondern diesen Thread zeigen. So, fantastic. Ah, da ist er. Okay, so geht das. Ich weiß wirklich nicht, wie das heißt. Mit Twitter, Tweet. Was ist ein Tweet? Was ist ein Retweet? Re, Re, Tweet, Tweet. Tweet, Tweet, Re, Re. Keine Ahnung. Vielleicht können wir das mal in irgendeinem Livestream oder so klären. Oder ihr schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wo es coole Kurse gibt auf Twitter. Vielleicht seid ihr auch der coole Kurs. Aber ich wollte es nochmal vorstellen. Ich finde es wirklich, wirklich gut, dass es hier jetzt solche News gibt. Und wenn ihr Twitter habt, verfolgt den Kanal. Macht. Ich mache die Glocke hier nicht an, Leute. Das ist mein Firm-Handy. Dann geht vielleicht öfter mal die Glocke. Aber ich gucke hier schon oft genug rein in Twitter, was sich dort tut. Und ich finde das in Ordnung. 45 folge ich. 4038 Follower jetzt. Mal sehen. Das wird sicherlich noch mehr. Das muss erst mal ein bisschen die Runde machen. Dafür bin ich ja da. Das ist zumindest in Deutschland die Runde macht. Und ich hoffe, das gefällt euch, dass ich auch mal sowas bringe. Das ist jetzt hier mein Mobile Device. Wir haben hier 21.17 Uhr. Ich bin verbunden im MyWLAN. Das ist mein WLAN. Eins meiner WLANs. Und dann seht ihr das mal, dass ich eigentlich so ein bisschen, ich denke mal, ich bin schon sehr, sehr authentisch und mache euch nichts vor oder so. Aber Ansicht, Queransicht, Queransicht ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ist dann doch schon ein bisschen groß. Deswegen gehen wir wieder nach Clash of Clans rein. Und er freut mich natürlich. Also vielleicht sollte unter dem Button stehen, dass man Clash of Clans installiert haben muss. Nicht Clash of Clans, sondern Twitter. Aber wie gesagt, ich gehe gerne bei euch in die Kurse rein. Was Clash of Clans angeht, gehe ich jetzt eigentlich noch in den Livestream. Das weiß ich nur gar nicht. Aber ich glaube, ich gehe noch ein Stündchen in den Livestream oder so. Am Mittwochabend. Ich bin zwar fürchterlich eng. Ihr seht mich hier auch noch so in so einem Arbeitsklottenhemd. Aber ist egal. Alles für den Dackel hier. Alles für Clash of Clans. Alles für den Club. Und ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir jetzt am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren. Nicht vergessen. Oh, der Finger war in die richtige Richtung. Abonnieren. Nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in jedem Fall in weiteren Videos. Aus welchem Format auch immer. Aber ich verbleibe. Euer Toto. Clashed. Bis zum nächsten Mal.